Es geht weiter mit Elden Ring. Wir probieren die Katakomben des Fehlers zu spielen und müssen schauen, was das hier für ein Geheimnis ist. Ja, ich schaue noch rum, ob ich hier irgendwas sehe. Mal ausrüsten. Ja, genau, ausrüsten. Wir gucken mal, wir haben ja ein paar Bolzen. Okay. Kann ich jetzt zielen? Ja. Da schlägt das normalerweise ein. Mhm, mhm, mhm. So, wir gucken mal hier und hier, um was zu sehen. Äh, ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal, ins Wasser zu hüpfen. Mit der Hoffnung, ins Wasser. Ja. Okay, das war das Geheimnis. Wir werden kriegen was. Gut gemacht. Gut gemacht. Zombies. Autsch, Trumpf, Trumpf, und topf! Ok, ich hab das physico hier unendlich. Ja, dann gar nicht groß damit zu fassen. Halt Items einsammeln. Oder wie man es als Kind früher immer gesagt hat. Das war klar. Autschi, lass mich los, hör auf! Da wollen wir hin. Und hoch. Jo. Also irgendwann bräuchten wir auch mal ne andere Rüstung. Da ist der Hebel, cool. Das fand ich jetzt ne coole Idee. Ich wusste doch, dass wieder so einer kommt. So. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen uns nochmal heilen gegen den Boss. Kämpfe ich nicht mit halbem Leben. Beziehungsweise halber Flask. So. Dann. Außerdem hieß es doch Flasche. Flasche hinzufügen. Ich hab ne Ladung der Flasche, guck mal. Wurde ich jetzt zufügt. Cool. Flasche hinzufügen. 2 kg rollende Saat. Ok. Ja. Perfekt. So. Jetzt haben wir 7. Flasche hinzufügen. Lassen sie mich in Ruhe. Ich muss hier durch. Ich muss was machen. Was passiert hier? Oh. Wieder Sobrani. Die. Muss ich jetzt erstmal die kleinen erledigen. Das ist ja. Sowas finde ich nicht cool. Wenn halt Boss einfach nur mit Minions umgeistern. Das war klasse. Das war klasse. Ach. Naja gut. Das kriegen wir hin. Denk ich mal. Klar. Als Magier wäre das jetzt wesentlich einfacher. Aber. Wir haben halt einen anderen Weg gewählt. So. 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 noch mal ein erledigt. So. Den da holen. Perfekt. So. Haben wir den. Jetzt kurz rennen. Nachladen. Und. Aufliegen. Konzentrieren. So. Kommen sie junger Mann. Sauen sie übrig. So. Und jetzt oder heute? So, kommen sie her. Ja, 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 ja. Feuer. Oh, hat er mich noch erwischt? Ich dachte, ich bin ja weit weg. So. So, und nochmal. Ja, kommen sie her. So, haben wir eine Linie. Nervsäge. Aber mir fällt ein, ich hätte mal gucken können, ob ich diese komischen... Oh, da liegt hier was? Ne. Äh, ob ich diese dann ausrüsten? Wollte ich mal gucken. Diese komischen Geister mal beschwören kann. Zum Eingang zurückkehren und dann haben wir diese Katakomben erledigt. Dann können wir uns wieder auf die Suche. Wie werden wir bekommen? Geht. Okay. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach da. Also nach oben diesen anderen Weg entlang. So. Da will ich. Da kam ich ja her. Hier müsste auch irgendwo dieser Reiter sein. Ich würde eben noch nicht um die Arme laufen. Ja. Da. 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 Wo hau noch? Kommen Sie her. Ah, ich muss am Visieren. Also ich finde das Schwerst so über den Boden ziehen schon echt cool. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel noch mit den Fähigkeiten mal auseinandersetzen müsste. Ich weiß, da es noch einiges gibt. Ich habe ja da noch gar nichts probiert. Okay, von einem Vogel. Was ist das? Eine Blume? Ach so, es ist so ein Blume. So, ist hier noch irgendwie was? Da hinten ist ein Feuer. Ich würde sagen, das Feuer schauen wir uns doch mal an. Oh, das ist ein Item. Das ist viel, viel interessanter. Autsch, das meint Pferd in Ruhe. Schauen wir uns hier mal um. Ich habe gerade von oben Feuer. Ja, ich werde beworfen. Hast du es? Du hättest mit deinen Schlägen warten sollen, bis ich aufgestanden bin. Tut er mir eine Kiste? Nee. Aber hoch geht. Hoch, 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 hoch. So, dann... Auch nichts. Fußsoldatenstulpe. Item. Eine Handbasidist. Okay. Basilistenbolz. Balistenbolz. Entschuldigung. Ja, manchmal habe ich es ein bisschen. Achtung. Erdenbaum. Erdenbaum. Wo? Ja, da oben. Oh, da ist Wind. Okay. Also. Ach, das ist da drüben. Da hätte ich hier runtergekommen. Aha, aha, aha. Aha. Ich weiß nur nicht, warum ich dieses komische Sein da jetzt gerade habe. Okay. 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 Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, da ist ein Licht. Das nehmen wir natürlich mit. So, ab zum Licht. Die Punkte machen Spaß, weil sie halt, ähm, dafür sorgen, dass man teleportieren kann. Relativ schnell. Gut, das ist in Assassin's Creed auch, aber in Assassin's Creed muss das halt mehr noch als Matchspielelement eingebaut werden. Hier halt nicht. Hier ist ein Adler. So, äh, was haben wir denn hier nun auch? So, wir suchen ja immer noch nach, ähm, einem Element der Karte. Um die Tarte hier aufzudecken. So, was sehen wir denn von hier? Hören wir irgendwas? Nee, ne? Ich habe da hinten schon so eine Blume gesehen. Oh, da oben ist eine Brücke. Guck mal, da ist so eine Karte. So, habe ich Angst vor euch? Ich habe Jungs. Okay, da sind größere Blumen. Das ist doch eine Falle. Ich tippe und tappe mal rein. So, seid ihr jetzt fertig mit eurem Gebrüll? So. Also, ich finde, das mit dem Pferd hat schon wirklich was. Das macht es angenehmer, hier durch die Gegend zu galoppieren. Ah, hier ist ein Dorf. Mal gucken, was hier passiert. Waldruin der Halbmenschen. Okay. Ja, ist noch Halbmensch. Na, und los, und du, und so. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ah, okay. Mal gucken, was ist wieder so ein komisches Sein. Okay, wir folgen ihm mal. Oh, da liegt noch was. Sehe ich gerade. Wo ist er denn? Ach, da. Okay. Geht's hier weiter. Das finde ich eine lustige kleine Geschichte. Ah. Eine Höhle. Da hinten ist ein goldenes Tor. Okay, er wollte... Ah, okay, da ist ein... Herdschlundhöhle. Ja, das nehme ich doch gerne an. So. Hier wird gekämpft. Gegen was? Ach. Ist hier noch irgendwo was? Nee, aber ich bräuchte mal eine Fackel. Das war mir aber auch irgendwie klar, dass das hätte eine Falle sein können. Okay. Weiter nach unten. Okay. Okay. Feuer versuchen oder Oktopus versuchen. Okay. Wie bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Oh, da ist so ein Bär. Ich will aber hier raus. Oh, okay. Oh, ich will hier raus. Oh, okay. Oh, okay. So, kommen sie mal her. Und... Autsch. Muss er jetzt bei der Wunze vielleicht markieren. Autsch, Autsch, zu machen. Autsch, Autsch, zu machen. Gut. Autsch, 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 Autsch. Und... Ausfliegen gehen. Autsch. Autsch. So, kommen sie her. Ach, Autsch, Autsch. So... So, einmal noch da heilen und Das war knapp Da habe ich jetzt aber gegen Ende noch Also mit der Energie Alle Flas verbraucht Ja, war gut Dann zurück zum Eingang Ja So, ich musste mich jetzt einmal heilen und mach noch ein bisschen abliegen Das war jetzt ein ganz schön lustiges Stück Arbeit Ein eingelegter Schildkrötenhals, okay Ich will nicht nochmal runter Da ist das Ding Das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen Mach mal hier entlang Trauer Best hier voraus Na ja, Bestie Das waren jetzt Ratten Und voraus, okay Preise laufen unbemärkt Ey, ohne Scheiß Ich sehe überhaupt nichts Bin ich hier irgendwie runtergefallen Ja, ne Ach, hier war ein Weg Ja gut Ja gut, dann muss ich ja nicht nochmal gegen die kämpfen So, da ist das Licht So Ah, das haben wir dann erledigt Dann wieder raus Und weiter Also ich finde es schön, was man so nebenbei Kleines immer erleben kann Wir haben jetzt schon zwei Bosse erlegt Und zwar kleine gewesen Nicht der Hauptboss, aber Habt das jetzt Mit eurem Überfall Danke Na klar, Regenbogenstein So Ist hier noch irgendwie was? Nee Nicht, dass es am Ende heißt Ich hätte nichts untersucht Ne Aber ich würde sagen In der nächsten Folge Da Warte Da In der nächsten Folge Dann geht es weiter Und dann untersuchen wir weiter dieses Areal Mal gucken, was wir noch so herausfinden Bis dann Und tschüss lerne Six Aus Such are you Murat B ys